Ja Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde Plants vs. Zombies. Wir spielen heute eine Pflanze, die ich nie so richtig verstanden habe, nämlich die Metallblume. Sie hat extrem viel Munition, sie hat ein bisschen mehr Lebensenergie als die anderen und trotzdem bekomme ich irgendwie nie was mit ihr hin. Obwohl sie ja eigentlich einen ganz guten Damage macht. Sie ist ja eigentlich extrem gut. Sie gehört ja eigentlich zu den Guten. Aber irgendwie, es will mit ihr nie so richtig gelingen. Hier, dieses Dauerfeuer extrem stark, aber irgendwie, ihr werdet es gleich erleben. Wenn ich heute mit ihr gut bin, dann ist es ein reiner Zufall. Denn normalerweise kann ich sie absolut gar nicht. Die zwei Kills hier sind schon extrem. Damit bin ich schon wirklich extrem unterwegs. Na, wir stellen hier mal ein bisschen Heilung hin. Boah, und schon bin ich tot. Trotz so viel Lebensenergie, keine Chance. Ich weiß auch nicht. Dabei hat sie doch auch eine gute Genauigkeit. Ich weiß nicht, warum ich immer wieder so schlecht mit ihr hier unterwegs bin. Aber ich will es üben, ich will es lernen, ich will ein Meister der Metallblume werden. Hier, ich treffe den nicht mal, weil irgend so ein Schrott im Weg ist. Wow, 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 Junge. Wir werden bombardiert. Naja, Drohnen kann ich gut treffen. Das funktioniert. Halte durch, halte durch, halte durch. So, hier drüben wieder Heilung hingesetzt. Durchhalten, durchhalten. Metallblume. Alter, wir werden hier überrannt. Wo sind denn alle? Zack, 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 zack. Boah, ich habe einen Kill geholt. Freudentränen. Oh, den haben wir verloren. Yep, die nehmen das Baby ein. Okay, wir haben ein sehr gutes Team. Merkt man die recht, direkt hier. Alter, 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 das gibt es doch nicht. Ich meine, ich treffe ihn ja. Neun Schadenspunkte. Bei vier Treffern hat er schon beinahe 40 Damage. Und trotzdem irgendwie. Ich verstehe diese Pflanze nicht. Ich kann sie einfach nicht spielen. Ich kann so ziemlich alles, nur sie nicht. Sie ist mir ein ewiges Rätsel. So, hier drüben ein wenig Eis. Ja, komm. Alles klar, da kommen sie. Es ruckelt auch so ein bisschen. Kann das sein? Yep, es ruckelt definitiv. Habt ihr es gerade gesehen? Oh Mann, was ist denn schon wieder los mit den Servern hier? Oh, nicht mal einen Kill bekommen. Komm schon. Gut angesenkt. Wow, 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 wow. Na los. Ey, ich hab den so gut getroffen. Ich hab den so unverschämt gut getroffen. Okay, Rückzug. Erstmal hier hin. Komm schon. Yes, wieder eingeholt. Kleine Fortschritte. Oh, und ich bin benommen. Ey, wo sind denn alle? Warum zur Hölle verteidigt hier niemand ordentlich? Na, hier rennt der Nächste rum. Ich brauch Support. Schnell. Oh, der andere Zombie da hinten, der will mich natürlich lunzen. Und ich bin tot. Das wird heute eine ganz, ganz traurige Runde. Die hat mich dreimal weggeholt. Dreimal bin ich hier schon gestorben, oder wie? Okay, noch ein Kill. Und die Wiederbelebung. Halte durch. Und jetzt hol sie dir. Go, Tiger, go. Okay, Rückzug. Überredet, überredet. Ich bin so oder so schon ziemlich langsam unterwegs. Na, wo ist der hin? Der ist irgendwo da oben. Also ich glaube, die Runde hier werden wir nicht gewinnen. Nein, das sieht nicht gut aus. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Die Metallblume ist auch extrem langsam, natürlich. Ich meine, ich bin aus Metall, kann man verstehen. Da muss man ein bisschen langsamer sein. Aber dafür halten wir ja mehr aus. Ist ja schon fair so. Was war das schon wieder? Es ruckelt doch hier definitiv. Das kann mir keiner erzählen, dass das hier gerade cremig läuft. Wow, 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 wow. Wow. Ja, komm. Warum stehen denn alle? Oh Gott, nein. Okay, jetzt ist es gelaufen. Oder auch nicht. Ich bin wieder hier. Ey, Leute, was ist denn los mit den Servern hier? So kann doch keiner spielen. Vorlage. Und da werde ich schon wieder bombardiert. No, meine wunderschöne Blume. Eingegangen. Sie war doch noch so jung. Halt ihr durch, halt ihr durch, halt ihr durch. Ich mache das Beste draus. Ich mache hier das Beste draus. Irgendwie werden wir das hier noch irgendwie gerade biegen. Oh, hinter mir. Ich habe ihn eben gerade noch gesehen, aber 17 Prozent. So spielen die Experten, sage ich euch. Wenn es richtig derbe ruckelt. Das ist eine Herausforderung. Das ist eine richtige Herausforderung hier. Kampf gegen die derben Rockler. Okay, da drüben sind sie gerade alle drin. Kann ich noch einen Kill holen? Irgendjemand hier. Ein bisschen Unterstützung. Oh, sechs gegen einen. Wo sind denn alle? Was für ein beschissenes Shitspiel. Boah, werden wir hier gerade abgezogen. Wir werden so derbe abgezogen. Da liege ich. Mit meiner diamantenen Maske. In der extrem strengen, limitierten Auflage. Habe ich heute erst bekommen, als Belohnung. Ich weiß gar nicht, ob die jeder bekommt. Ich denke sogar, die Dinger sind random. Wow, 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 wow. Alles klar und... Ah, Mann. 0, 4. Ich belebe immer noch. Also da sieht man mal wieder, wie gut die Server laufen. Die müssen unbedingt mal wieder gewartet werden. Also in letzter Zeit ist es mal wieder extrem schlimm. Wir alle erinnern uns ja an die letzte Runde. Die konnte ich nicht mal zu Ende spielen. Könnte hier auch wieder so sein. Schon ein bisschen ärgerlich. Man will hier ein schönes Spiel haben. Und irgendwie funktionieren die Server nicht. Yes! Mann, ich sag's euch. Jeder Kill hier ist wirklich... Gold. Boah, keine Chance. Kreuzfeuer und... Natürlich wieder der hier. Alter, was ist das hier für ein Typ? Was ist das bitte schön hier für ein Typ? Der lässt mir irgendwie auch keine Ruhe, der Mann. Der rennt irgendwo da oben rum. Aber es wird schon wieder eingenommen. Irgendwie die Pflanzen wollen auch gar nicht verteidigen. Ich bin halt extrem langsam. Jetzt will ich endlich mal hier meinen Kill. Oh, ich werde ihn nie töten. Komm schon. Großer Gott. Alter. Mann, 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 Mann. Habe ich überhaupt einen Mitspieler? Alles klar, da oben ist wieder mein Mann. Ne, ich habe keine Chance gegen den. 0-6. Ich will ihn einmal töten. Dann habe ich hier schon die Runde gewonnen. Ich sage es ja, die Metallblume. Ich kann sie gar nicht. Okay, wir werden hier gerade schon wieder überrannt. Aber er muss einmal sterben. Ich meine, das Ding ist eh verloren. Wenn ich da alleine reinspringe, ist es purer Selbstmord. Ne, vergiss es, vergiss es, vergiss es. Nein, da ist er wieder. Oh, das gibt es nicht. Zwei gegen einen. 0-7. Ich glaube, ein anderer hat mich noch gar nicht groß getötet. Immer wenn mich irgendjemand killt, ist es er hier. Ah, die Metallblume. Die ist mein ewiger Fluch. Aber ich werde jetzt demnächst öfter spielen. Ich werde sie lernen. Ich will ein Meister der Metallblume werden. Ich bekomme das hin. Früher oder später bekomme ich das hin. Alles klar. Hier hinten rennt er doch schon wieder rum, oder? Erstmal den hier ein bisschen ansenken. Oh, der Kaktus blockt. Oh Gott. Ich habe heute wirklich phänomenales Glück. Phänomenales Glück. Da wurde sauber der Strahl geblockt. Da konnte ich auch nicht mehr durchstrahlen. So ein Kaktus ist massiv. Kannst du gar nichts machen. Da oben ist mein Kumpel. Ey, Wahnsinn. Ich treffe ihn doch. Aber es reicht nicht. Und ich muss auch verteidigen. No. Oh Gott. Ich bin benommen. Und jetzt bin ich tot. Zwei Prozent. Alter. Der Server läuft nicht. Die Mitspieler sind schlecht. Und das Unglück ist auch noch auf meiner Seite. Ich sage dir, das Ding werden wir definitiv verlieren. Wenn wir das noch gewinnen. Wow. Dann ziehe ich meinen Hut. Gut. Konzentration. Oh, Mega-Kanone hinter mir. Null Chancen. Ich will gar nicht wissen, wie wenig Kills ich habe Wahrscheinlich sehr, sehr wenig Sehr, sehr wenig Aber man kann eben auch nicht immer nur der strahlende Sieger sein Es gibt Runden, da muss man sich durchbeißen Ah, es war ja so klar Und schon ist einer drin Das ist so dreckig Und da drüben der nächste Kunde Ey Leute, wo seid ihr denn? Oh, der ist irgendwo oben Oder? Wahrscheinlich ja, oder er ist tot Schwer zu sagen Er ist auf jeden Fall nicht drin Der nächste Oh, 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 der kommt durch, der kommt durch, der kommt durch Nein, ich habe ihn Nein, ich habe ihn Ich bin nützlich Ich bin nützlich Zum allerersten Mal bin ich nützlich Alles gleiche, noch ein Pilz rein Go, Pilz Boah, ich brauche Bambus Hier hinten muss Bambus rein Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Von der Seite Nein No Oh, komm Alter, wie mies No, 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 no! No! Jetzt holt ihn weg Da hinten Oh, komm schon Ich will wieder rein Ist er tot? Sehr gut, sehr gut Ich muss unbedingt im Zentrum bleiben Ich bin so langsam Ich komme eh nirgendswohin Vorsicht hier drüben Ah, Mann, der geht oben durch Der geht oben durch Alles klar, der ist weg Ah, einer ist wieder drin Leute, von vorne, von vorne, von vorne Hau ihn weg Sehr gut Hier mal ein bisschen Heilung hin Fürs Team Kommt schon, Konzentration Ah Mist, keine Munition Yes, nein Da ist noch einer rein Oh Shit Der Wissenschaftler, natürlich Ah, Mann Der Sieg, der ist mir einfach nicht vergönnt Ah, das war eine Eine wirklich Traurige Runde Eine sehr, sehr traurige Runde Da hinten stehe ich Hallo Traurig Sehr traurig Ich bin gespannt Ob ich überhaupt ein paar Punkte bekomme Mann, am Ende war es so knapp Am Ende war es wirklich so knapp Es wäre durchaus möglich gewesen Zu gewinnen Und ich bin so weit oben Ist kein gutes Zeichen Der eine hier war ganz gut Ah, ich weiß auch nicht Die Pflanzen sind einfach nicht in die Gänge gekommen Naja, wie immer Danke fürs Zusehen Metallblume Ich werde sie trainieren und üben Wir werden sie wieder sehen Und dann werde ich gut sein Und Tschüss Das war's Ich bin gespannt Ich bin gespannt